Oh, warte, Moment, Landung, nix. Ich kann uns erstmal random spawnen. Ja, einen kleinen Moment, du musst die noch gerade einbauen. Wo gibt's denn hier Leichen? Hier. Oh, eine AK. Wow! Damit, äh, geht's aber ab. Ja. Und auf X weiß noch, wo eine Leiche liegt. Nördlich, ne? Ne, westlich, was? Du sagst meine Leiche eben? Nein, den du erschossen hast. Mit der G6. Nein, den hab ich gefründert. Achso, was hat er gehabt? Nichts. Ein, äh, AK, irgendwas. Dann müssen wir wieder klein anfangen. Aber ihr habt doch so viele Leute erschossen. Die meisten hatten das nicht. Aber ihr habt mindestens vier erschossen. Ja, ich weiß ja nicht, was mit den Leuten vor dem Armored-Vehikel war. Wo Dings zwei getötet hat. Ja, die hatten nix. Außerdem ist viel zu spät. Dann guck ich mal in die Ura jetzt. Wenn die noch stehen. Kann man nicht da irgendwie in die Base fallen? Ja, Base ist offen. Seht ihr was? Base ist offen. Seht ihr aber nicht? Wo denn? Hier hinten bei dem weißen Mauer. Hast du nicht hier schon fünfmal drin oder so? Ja, ich kann doch nicht mehr. Ähm, hier ist noch, noch SVD glaub ich. Ja. Ehrne, ich weiß nicht wo. Warte. Nur wenn auch Max dabei ist. Das weiß ich, das seh ich nicht, weil ich seh nur die Leiche. Weißt du die unter dem Auto? Nee, die, äh, wenn du vom Bunker aus links gehst, an den Häusern, aber Richtung Kirche. Können zwei im Bunker bleiben, geht das? Ich komm wieder. Danke. Von wo, von wo kamen die denn jetzt heute? Norden, ne? Einfach Norden. Ich fand's ausgewogen. Okay, ich hab ne G36 jetzt. Passt schon. Ich würd mal versuchen ein Haus zu sprengen, wenn das geht, das liegt die. Gut. Ja, mit Granaten geht's meistens nicht. Nee, ist der schön hab ich. Naja. Guck mal. Der ist machbar, hieß. Ich nehm da das Rot-Grüne. Ja, das stört mich nämlich. Haben wir noch irgendwelches Bunker-Zeug? Ja, nicht mehr. Hier liegt noch, äh, ne Waffe mit, hier, Emi? Sniper? SVD? Camouflage? Ja genau, die meine ich. Ja, jetzt hab ich schon ne G36. Will dir noch jemand einlagern gerade? Wir haben keine Kiste oder so. Na gut. Ich spring jetzt mal ins Grüne Haus. Ja, das müssen wir ins Auto packen dann halt. Sind die alle bereit? Das können wir machen. Ja. Mach. Okay, ich bleibe. 30 Sekunden. Billy. Geh die Band wieder zurück. Ich geh mal schon zurück. Ich geh mal zurück zurück. Ja ich hab auch das. Kann mal wer Mookie einladen? M-O-O-K-I-E Gleiche Ohne E, ohne E Was the fuck? Ist es geplatzt? Nein 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 Versuch mal das gepanzerte Fahrzeug zu reparieren Das ist das aufgebrannte Ist egal, vielleicht gehts ja trotzdem Niemals aufgeben Wer ist der Mufti? Mufti 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 Ich sehe einen Mookie Ja genau, der ist das Ok Mufti 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 Dann repariere ich jetzt mal das ausgebrannte Fahrzeug hier Das geht, das wäre so cool Sascha, ich muss mal kurz schießen Ok Hat keine Einladung Ja, wir müssen die Gruppe neu machen Lass uns alle im Bunker treffen Ok Ok Also, da fahren kann man es nicht Komisch Der hat nur kurz gebrannt Cannot repair destroyed vehicles Ohhhh Ich komme jetzt mit einem grünen SUV Grüner SUV kommt Von wo? Norden, Norden Ich komme, ich komme Ich persönlich Ich sitze in dem Auto Ich stecke, ich treffe unser Bunker unter Oh, der hat unser Herz Sehr hübsch Ei Hey Wie geht es aus mit Gruppchen? Ich treffe uns alle im Bunker, dann lösche ich die Gruppe Ich lad mal die SVD in das Auto Oder lädst du die SVD in das Auto? Äh, nein Nein Ich weiß nicht, wie viel Autolade Mal du sie machen das Auto Der Irr ist der Bunker eigentlich Und das ist doch viel Äh, ich komme ja nie hin Ohne Scheiß Blöd das ist Nein, dein Gehirn ist fies zu dir, dafür können wir nichts Ey, nicht so frech Ich bin doch nicht frech Das war ich Ei, ei, ei Da ist noch einer Ist einer Ist einer Norden Nord-Nord-Ost hinter nem Baum Der war schon immer hier Ich hab aber gerade Schüße von Nord-Nord-West abbekommen Du hast ihn nicht abbekommen, dir mich geschossen Ähm? Ist er verletzt oder tot? Wenn ich ihn damit getroffen hätte, wäre er tot Und war er tot, Max? Nein Nein Also Nord-Nord-Ost, sagst du? Ja 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 I don´t see anyone Ist immer noch da, hat sich gerade gezeigt, kannst du das markieren? Warte auf, Marker Aus der anderen Richtung, Schlüssel hört Ey, warum fällt der nicht um, das war 100%iger Hit Ich fahr jetzt mit dem Autograd vor, Leute Boah, ich wurde getroffen Von? Von Süden Das ist ja Trauma Das heißt, wir werden sehr attraktiert Ja, zwei Snapper da Tür zu Nein Halt mal still, ich fähl dich Okay Ist er ganz oben auf dem Berg drauf Oder weiter unten Oben, hinter einem Baum Okay Danke Also da oben liegt auch noch ne Leiche und noch zwei Päckchen essen Wo du mal gemarkert hast Fini, kannst du den anderen markern? Bitte? Kannst du den anderen markern? Ich bin tot Ich hab nicht gesehen Das war der aus Süden Ähm, also im Norden steht ein Quad und ne Leiche Da ist nämlich jemand Im Norden, äh im Süden So, hätte ich jetzt mal die SVD genommen Hätte ich jetzt mal die SVD genommen Hoffentlich kann ich spawnen Kann spawnen Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot ATV ist angehalten Ist das einer von euch? Nein Äh, ja Ja, bin ich Okay Packen Ja, es dauert manchmal Es dauert Wir können jetzt nicht auflösen bei den Gängen Das heißt, du bist hier? Was ist? Jetzt irgendjemand aus unserer Gruppe hier, der nicht zu uns gehört Ich Ich Kann hier Oder hier Hat hier gefragt Wegen dem ATV Ich hab' ihn Ich hab' ihn Ich hab' ihn Das war' ihn Ich hab' ihn Ey, er hat mich Süden Er hat mich Das war Kumpelblase Will der mich verarschen? Übrigens, äh Ich bin der Meinung Ich bin der Meinung Ich bin der Meinung Der war unten rechts Kumpelblase hab' ich Wenn ich wieder spawnen Der ist Warum komm ich nicht in die Map? Emi wurde gespottet oder markiert auf der Map mit einem Schwarznix Die markieren gerade alles Wer markert das alles? Die Wie gesagt, ich bin der Meinung, da sind zwei Sniper, eine noch weiter rechts Ich weiß nicht wer, ich hab ihn gemerkt Ich hab ihn gemarkiert und der andere ist in der Nähe vom Haus, ist das? Vom Haus weiß ich nicht, ist keiner Ne, in der Nähe von dem Haus, was südlich am Horizont steht Das weiß ich nicht, den hat Billy markiert Das hat, den hatte ich gemarkiert, der wurde mir angezeigt da Ich hab einen gehört, der Schmerzen hat Ich hab einen gehört, der Schmerzen hat Es wird wieder süd Lass dich auf oder? Schürze Die Krämpfe Das ist eine von uns Ich Ehre, mich doch Ich treffe ihn nicht. Das war Max anscheinend. Du musst mal wieder ein paar Köder hier holen, ne? Ich schieße im Bunker. Ich wurde getroffen. Ich habe das Schießen gehört. Ich glaube auch von dem Haus. Ich höre mehr Schütze noch. Irgendwer greift auf jeden Fall frontal im Bunker an. Das, was gerade schießt, ist Max. Aber wohin? Auf die Gegner. Wo siehst du die? Auf dem Meer. Südlich. Ich habe die ganze Zeit drüber gesprochen. Ne, der hat sich da wegbewegt. Da ist ja gar keine Kisten mehr. Die wird gesprengt. What? Dann kannst du mich heilen? Jawohl. Du bist nicht. Okay, gut. Ich glaube, ich habe gerade eine Explosion. Ja. Atombombe. Ja. Nacht-Explosion oder foggy? Dunkel. Aber nicht fogdunkel. Nachmittag. Okay. Kommt ein Auto gefahren bei mir? Hör mir in die Richtung. Ja, bei mir um eine Ecke halt. Nordosten. Fährt auf der Straße. Fällt jetzt, glaube ich, an. Ne, fährt zu euch durch. Ich habe einen erwischt. Ich habe einen erwischt.